Also wenn ich mich jetzt an die Nichtwählerinnen und Nichtwähler wende, dann tue ich das zunächst einmal nicht in diesem moralischen Vorwurfston, ihr seid schuld, dass unsere Demokratie kaputt geht und so weiter und so fort, sondern ich glaube viel eher, dass unsere Demokratie ohnehin sehr reparaturbedürftig ist, um das wenigste zu sagen und viele Leute gehen nicht mehr hin zu den Wahlen, weil sie das Vertrauen in den demokratischen Prozess verloren haben, aus Gründen, die ich schon nachvollziehen kann. Also mir ist es selber so gegangen bei der letzten Bundestagswahl, ich saß also schon in diesem Wahllokal drin, in der Feuerwehr in Weitersroder, falte diesen Wahlzettel auf und denk mir in dem Moment, was jetzt? Ich war völlig ratlos. Ich habe mich gefühlt wie in einem Supermarkt, wo du vor einem Regal stehst, da ist ein Produkt drin, das ist offensichtlich verdorben, ein Produkt, da ist das Haltbarkeitsdatum auch schon lang drüber, ein Produkt, wo du sagst, ach, das ist so teuer, das kann ich mir einfach nicht leisten, mit einem Produkt, wo du sagst, das mag ich eh nicht. Also ich habe dann irgendeine Winz-Partei gewählt, wo ich mir gedacht habe, die freuen sich über meine Stimme, reinkommen tun sie eh nicht, dann muss ich mich nicht ärgern. Also ich verstehe, wenn man sagt, dieser ganze Wahlzirkus, ich mag nicht mehr. Aber jetzt muss man zunächst einmal sehen, so eine Bürgermeisterwahl ist dann doch nochmal eine andere Sache, weil sie ist auch sehr viel konkreter. Es geht hier ganz genau um eine einzige Person. Diese eine einzige Person, dieser Bürgermeister, hat hinterher durchaus sehr große Entscheidungsbefugnisse. Ja, es gibt Gesetze und Vorschriften, an die er sich halten muss, es gibt einen Personalrat, mit dem er sich absprechen muss, es gibt den Stadtrat, der bei einigen wichtigen Entscheidungen die Entscheidungen auch trifft. Aber der Bürgermeister hat weitgehende Entscheidungsbefugnisse. Zum Beispiel das Direktionsrecht, das heißt die gesamte Leitung der Verwaltung liegt bei ihm, also übrigens auch was die Kindergärten angeht. Was da in den letzten Jahren abgegangen ist, das lag alles auf dem Tisch und in der Verantwortung des Bürgermeisters. Zweitens ist es jetzt so, in dieser konkreten Wahl gibt es, glaube ich, schon sehr definierte, klar unterschiedliche Angebote. Also es gibt jetzt vier Kandidatinnen und Kandidaten und ich glaube, man hat jetzt doch einen deutlichen Eindruck gewinnen können, wer steht denn da jetzt eigentlich wirklich für den Neustart, den Neuanfang, über den alle reden. Und ich glaube halt, dass man das jetzt sehen konnte, nicht zuletzt in der Art und Weise, wie die Wahlkampagnen organisiert waren und wurden. Also erstens einmal, ich habe meine Wahlkampagne selber bezahlt und nicht irgendwie, hm. Ich habe zweitens eine Wahlkampagne gemacht, die sehr, sehr nah an den Bürgerinnen und Bürgern dran ist. Also erstens einmal, ich selber, ich bin, glaube ich, wirklich sehr ansprechbar und erreichbar und sichtbar gewesen. Und nicht zuletzt auch diese digitale Kampagne. Das ist ja, das Digitale ist ja nicht irgendwie weit weg von den Leuten, sondern im Gegenteil. Durch diese digitale Kampagne konnte ich Leute erreichen, die seit vielen, vielen Jahren von der Politik in Hildeburghausen nicht mehr erreicht wurden, weil die Leute auch irgendwie das Gefühl haben, da wird irgendwas über unsere Köpfe hinweg entschieden. Es geht gar nicht mehr um uns und unsere Interessen, sondern es geht immer um die Interessen von irgendwelchen anderen Leuten im Hintergrund, die man nicht so genau sieht und nicht so genau sehen darf. Also, ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, wer hier für einen echten Neuanfang steht. Und deswegen, ja, lade ich euch, die Nichtwählerinnen und Nichtwähler, auch ein. Probiert auch nochmal einen Neustart. Geht's hin, werft eure Stimme in die Waagschale. Auch wenn ihr ansonsten aus Gründen, die ich sehr gut verstehen kann, sehr skeptisch seid, was diesen Wahlzirkus angeht. In dem Fall ist es wirklich eine sehr klare, definierte Alternative und man kann sich entscheiden. Und ich bitte euch auch, das zu tun.